Herzlich Willkommen zu einem neuen LumaFusion Tutorial. Heute das wird nur ein ganz knappes Tutorial. Ich will euch einfach nur schnell einen coolen Effekt zeigen. Der ist es nicht wert, darüber ein extrem ausführliches Tutorial zu machen, deswegen einfach nur drei Minuten Tutorial oder so und das war's. Aber dafür ist der Effekt auch sehr einfach anzuwenden, hat allerdings einen sehr speziellen Use Case. Also naja, mal schauen, ob er euch gefällt oder nicht. Gebt dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen hoch, wenn ihr mehr so schnelle Tutorials sehen wollt, die einfach mal kurz rausgehauen sind und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Starten wir auch gleich. Heute zeige ich euch, wie ihr aus diesen zwei Clips hier das hier machen könnt. Sprich, ihr kombiniert die beiden kreativ, also nicht einfach übereinander klatschen und das war's, sondern kreativ so, dass es vielleicht einfach ein bisschen cooler ausschaut. Hier läuft jetzt die hübsche Dame mit dem Surfbrett durch die Savanne Richtung Horizont. An sich eigentlich ziemlich cool. Löschen wir das mal. Das Erste, was ihr machen müsst, ist, ihr zieht die Dame über die Savannenszene. Dann klickt einfach zweimal drauf, um in den Bearbeitungsmodus zu kommen. Und das Erste, was ihr macht, ihr geht unten auf Blending und nutzt den Blend Mode Darken. Das ist der zweite. Ich glaube, er heißt Abdunkeln auf Deutsch. Und schon seht ihr, die Dame steht im hohen Gras und der Horizont ist auch einmal mehr. Ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Deswegen schränken wir das Ganze ein und gehen daher auf Beschneiden oder Cropping. Beschneiden es rechts, links und machen die ganzen Ecken und Kanten smoother mit Edge Softness und Corner Radius. Damit es einfach ein bisschen harmonischer sich eingliedert. Schneiden wir hier oben auch ein bisschen weg, so ungefähr. Dann machen wir das zu. Und jetzt kommt ein wichtiger Teil, denn man muss das Ganze natürlich so schön wie möglich eingliedern in die Szene. Dazu scrollen wir vor, irgendwo wo sie dann läuft, die Frau. Genau, hier sieht man, hier läuft sie schon oben auf dem Berg. Wenn wir das vielleicht ein bisschen nach unten ziehen, schaut es etwas realistischer in Anführungsstrichen aus. Es ist natürlich komplett unrealistisch. Aber wir wollen ja, dass der Effekt, also es ist ein Effekt, irgendwas Besonderes, schon harmonisch sich eingliedert. Und das ist es eigentlich schon. Und schon habt ihr hier so einen, naja, einen Eyecatcher, würde ich sagen, den ihr mal in eins von euren Reisevideos oder Ähnlichem nutzen könnt. Das Ganze kann man natürlich in komplett verschiedenen Szenarien machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Spielt da einfach mal rum, falls es euch gefällt. Ich bin gespannt zu sehen, was ihr da so erstellt. Falls euch diese Kurztutorials gefallen, gebt dem Video einen Daumen hoch. Oder falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und überhaupt gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Und vergesst auch nicht, bei meinem Selfie-Store vorbeizuschauen. Da gibt es einen Haufen LUTs, Transitions, Effekte, Plugins, alles, was man für LumaFusion braucht, um hier ein bisschen kreativer sein zu können. Es sind, ich glaube, hunderte von Effekten mittlerweile. Also da geht schon was. Soundeffekte sind auch dabei. Schaut einfach mal vorbei. Vielleicht gefällt es euch. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.